hallo retro freunde hallo masters of the universe fans in diesem video möchte ich euch wieder meine neuzugänge präsentieren dieses mal aus dem bereich masters of the universe vintage keine figuren sondern ich nenne es mal merchandise also seid gespannt ja leute wie schon erwähnt ich habe mal wieder ein paar schöne funde aus dem vintage motor bereich gemacht zudem habe ich noch post bekommen von einem meiner abonnenten von dem bernhard bernhard grüße an dich ja und mit dieser post möchte ich jetzt gerne erst mal anfangen der bernhard ist einer meiner ersten abonnenten hat auch bei meinem 100 abonnenten gewinnspiel mitgemacht und hat da gewonnen hat einen vintage bei einem vintage einen origins scareclaw in ovp gewonnen indem ich ihn zugeschickt habe ja er kommentiert meine videos immer fleißig er gibt immer seine kommentare ab wie er was findet etc ja und finde ich richtig klasse und war auch in einem meiner letzten videos dabei wo ich eine channel spende vom retro tech team von der ariane bekommen habe auch grüße an dich und da war unter anderem eine vintage figur von dem masters of the universe stinker dabei ja den hat sie auf dem flohmarkt gefunden hat ihn mir eingepackt und zugeschickt und nach diesem video hat der bernhard kommentiert ja und hat geschrieben hier ich habe noch den comic den mini comic von dem stinker ja den brauche ich nicht ja wenn du den haben magst schicke ich dir gerne zu der hat mir noch gefehlt ich habe dann mit ihm kurz geschrieben ja und er hat mir dann den comic zugeschickt und hat aber auch gesagt hier ich lege dir noch ein bisschen was bei alles vintage ja ich brauche es nicht wirklich ich denke bei dir ist es besser aufgehoben und ja was soll ich sagen leute ich bin wieder geplättet ja also dass das nimmt formen an ja ihr schenkt mir wirklich ihr schickt mir wirklich sachen zu wo ich wo ich wo ich total geplättet bin ja das ist wie gesagt ich sag es immer wieder es ist keine selbstverständlichkeit ja dass jemand einfach seine sachen abgibt und sagt hier ich möchte eine freude machen habe spaß damit ja und ich will auch gar nichts dafür haben etc ja ich finde es richtig klasse vielen lieben dank schon mal ja und ich habe dann hier post bekommen einen umschlag einen schweren umschlag ja ich habe noch nicht ausgepackt das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen ich hoffe da ist das stinker comic drin der mini comic und ich bin gespannt was da noch drin ist ich mache es jetzt einmal auf ich habe schon so ein bisschen perforiert und ich greife jetzt einfach mal rein ohne rein zu gucken was als erstes rauskommt und leute das ist der hammer es ist nicht das stinker comic aber eye of the storm er hat mir ein weiteres mini comic reingelegt ist das geil bernhard du bist verrückt vielen lieben dank dafür ja ein wahnsinn und das ist ein zustand das ist ja der hammer ja das sieht also sorry wenn ich das das sieht fast ungelesen aus leute das ist das ist wahnsinn das ist so geil ja das habe ich auch noch nicht wandert natürlich so in meine sammlung ich finde es hammer bernhard vielen vielen dank dafür ja ich packe jetzt das zweite und was ist das wieder ein mini comic wieder nicht das stinker mini comic sondern search for keldor ein weiterer mini comic mit der bernhard reingelegt hat bernhard vielen vielen dank ja ich kann es kann mich nur wiederholen das ist keine selbstverständlichkeit ja die comics sind so klasse und die comics sind gesucht und du schickst mir einfach welche zu und sagst hier habe spaß damit das ist so klasse ja mehrsprachig deutsch englisch und wahrscheinlich französisch ja wahnsinn vielen vielen dank auch dieses fehlt mir noch und wird ab sofort meine sammlung bereichern wahnsinn und ich glaube da haben wir es ja das ist denn ich auf evil das mini comic vom stinker das ist das was er mir versprochen hat das war auch eigentlich das worum es wie gesagt nur geht ja und er hat noch weitaus mehr reingelegt weil der umschlag ist noch längst nicht leer vielen lieben dank hier ist und preis sticker drauf ein abriss macht überhaupt nichts ja wie hat das comic habe ich auch noch nicht ich merke gerade mir fehlen so viele mini comics ja wahnsinn wahnsinn richtig richtig geil vielen dank vielen dank bernhard und was haben wir jetzt da ist eine eine karte ein wellensittich weiß jetzt nicht ob ich ach die lese ich die lese ich gleich vor weil ich glaube ich habe gerade gelesen was noch drin ist ich hoffe bernhard ist okay wenn ich die vorlesen dann packe ich hier mal raus und du bist verrückt du bist verrückt leute leute kennt ihr die ein englisches buch ein golden buch von den masters aus den 80ern ja so trap ja es ist wirklich vintage pur was er mir hier eingepackt hat leute was sagt ihr dazu wie findet ihr das ja auch hier das comics sieht fast neuwertig aus ja es ist von 83 guckt euch mal ich liebe diese alten zeichnungen bernhard das ist der wahnsinn vielen vielen dank das ist echt der hammer und guckt euch mal guckt euch mal dieses cover an seht ihr das ist das nicht geil ja also ganz ehrlich auch origins revelation was auch immer hin und her ja sowas geiles so geile zeichnungen gibt es heute einfach nicht mehr wahnsinn vielen vielen dank ihr das ist dass das war ich mir fehlen die worte mir fehlen die worte und bevor sie mir ausgehen mache ich gerade weiter weil der umschlag ist immer noch nicht leer was haben wir jetzt aber was dickeres und hier ich weiß gar nicht wie oft ich mich wiederholen soll ja ich zeige es einfach in die kamera ich habe hier ein taschenbuch ja ein comic taschenbuch das sind die taschenbücher von interpart das comic taschenbuch nummer zwei auch das fehlt mir noch in der sammlung ja auch das sieht wieder top aus ja wahnsinn hier kein kein knick hier nebendran oder so ja die sind ja geleimt und auch das sieht noch super aus ja es hält noch auch hier ein kurzer blick rein ja bernhard wahnsinn wahnsinn ich ja wahnsinn ich liebe comics ja ich liebe masters of the universe kommen ich liebe die alten vintage comics und bisher hast du sowas von den schwarzen getroffen ich habe noch keines von diesen was ich jetzt präsentiert habe vielen lieben dank und es geht weiter leute es geht weiter und ich habe ja 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 ich habe diesmal etwas größeres ich habe den comic super auswahl band nummer zwei ja hier waren sind ja was er da reingepackt hat leute schreibt mal in die kommentare sammelt ihr die comics ja wie findet ihr diese comics ja wie findet die vintage comics was haltet ihr davon ich finde es wahnsinn ich finde es wahnsinn auch der sieht super aus der sieht klasse aus und guckt jetzt habe ich gerade was gesehen das muss ich euch zeigen hier eine werbung von mattel märchen sind für kinder wichtig leute ich fühle mich gerade hier wie im märchen ja was hier gerade passiert ja mit meinem channel ja mit denen ich nenne channel spenden die ihr mir zuschickt ja hier was dafür geiles zeug von euch kommt leute ich finde es wahnsinn vielen vielen dank vielen lieben dank das ist klasse hier auf der rückseite werbung zu den hörspiel kassetten auch das sieht klasse aus hier oben ist ein kleiner abriss das stört aber so was von nicht das ist so was von schnurzpiepe egal ja wahnsinn vielen lieben dank dafür ich ja was soll ich sagen und jetzt kommt noch was und ich glaube gott sei dank sonst kriege ich ja noch ein herzkasper das ist das letzte was ich aus dem umschlag raus hole und das ist noch ein interpart comic comic nummer zehn hat er mir auch wieder bei gepackt hier comic nummer zehn ja wahnsinn 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 ich finde es so klasse und leute ich habe auch die beiden comics habe ich noch nicht ich merke wie gesagt ich merke gerade wie viel comics mir noch fehlen ich habe zwar den den band von der retrofabrik ja ich habe auch das mini comic das dicke buch von dark horse ja aber mir fehlen so viele vintage sachen ja das ist der hammer ist das ja hier ist der umschlag ein bisschen eingerissen ja aber auch das wie gesagt vollkommen egal ja ich habe jetzt den mini comic und die 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 interpart comics als vintage als nostalgie pur in meiner sammlung ich weiß gar nicht was ich sagen soll außer bernhard vielen lieben dank und bevor ich jetzt hier weitermache habe ich hier noch die karte von bernhard und bernhard ich hoffe es ist okay wenn ich die vorlese ja und er schreibt hallo frank beim raussuchen des dinko comics fand ich noch zwei die ich abgeben konnte hoffe es gefällt dir das bildband das trap hatte ich auch doppelt das ist aus den usa von 1984 leute von 1984 wahnsinn ich denke die interpart comics sind bei dir auch besser als bei mir aufgehoben also bei mir sind sie auf jeden fall super aufgehoben ich denke bei dir sind sie mit sich hat auch super aufgehoben gewesen weil die sehen auch wirklich top aus etc ja aber wie gesagt ich das ja wahnsinn mir genügt das neue buch von der retrofabrik was ich eben erwähnt habe habe spaß an den comics lieben groß von bernhard wahnsinn leute bernhard vielen lieben dank dafür ich freue mich wahnsinn ich freue mich wie ein kleines kind über diese sachen ja ich habe mit dem stinker mini comic gerechnet und kriegen ganzen umschlag voll vintage comics wahnsinn noch mal bernhard vielen lieben dank so leute das war die channel spende vom bernhard wie gesagt ich habe noch ein bisschen mehr moto vintage ich nenne es im märzchen da ist ja gefunden bekommen gekauft ja und ich möchte mit einem weil wir gerade bei den comics bei den büchern waren mit einem weiteren buch anfangen und zwar das ist von lady bird ja das ist ein englisches buch ja das hat mir auch noch gefehlt und zwar vielleicht kennt ihr ich zeige es erst mal auf der rückseite diese kleinen hardcover kleinen dünnen büchlein diesen in 80ern gab ja da gab es ja in deutschland sechs stück von ja in england glaube ich acht ja und ich habe sie alle ich habe auch die zwei englischen habe ich ja auch schon in dem weiteren video von mir mal vorgestellt und dieses buch hier he man and the memory stone ist ein adventure game book ja das habe ich mir auf ebay geholt von einem bookstore aus englern das hat mich mit versand glaube ich vier oder fünf euro gekostet ja und das ist so ein buch das ist von 85 das ist von 85 und das ist ein spiel ja also es ist es ist wie ein comic gemacht wenn ich das richtig verstehe ich habe es mir noch nicht im detail angeguckt und dann kann ich hier quasi die geschichte fängt an ich lese die geschichte und dann gibt es verschiedene so ähnlich wie bei wie bei wie bei so computerspielen ja wo ich verschiedene möglichkeiten habe das heißt es passiert dies und das und dann habe ich die möglichkeit 1 die möglichkeit 2 oder die möglichkeit 3 zu handeln und je nachdem wie ich handel verändert sich die geschichte und ich muss dann halt zur seite so und so durchblättern und da weitermachen etc ja so habe ich verstanden ich werde mir aber noch mal im detail angucken wenn ihr es kennt und es ist funktioniert ganz anders schreibt in die kommentare lasst mich wissen auf jeden fall wie das konnte ich nicht nicht kaufen für den preis ja und ich bin so froh dass ich es jetzt in der sammlung habe ja wieder ein weiteres ladybird book aus den uk was meine sammlung bereichert ja dann weitermachen möchte ich und da zähle ich das auch zähle ich auch ein bisschen zu märchen da ist ja nicht so richtig aber doch irgendwie und zwar sind dass die europa hörspiele ja die europa hörspiele ist sind ja meine ist ja meine masters welt ja mit den hörspielen bin ich aufgewachsen wie schon öfters erwähnt ja mit der filmation serie habe ich erst später kontakt gehabt ja die ein oder andere folge aus der videothek ausgeliehen bekommen anfang oder mitte der 80er jahr aber so richtig halt am stück die folgen wirklich permanent gesehen wie sie auf tele 5 und oder oder was weiß ich was liefen habe ich wirklich erst spät weil wir sehr lange kein kabelfernsehen hatten die hörspiele hatte ich seit anbeginn quasi seit ich die figuren habe seit ich mich daran erinnern kann habe ich auch die hörspiele immer zu weihnachten zum geburtstag zu ostern oder mal so halt vielleicht wenn ich mit der oma einkaufen war ein hörspiel geschenkt bekommen ja und deswegen sind die meine masters welt die stimmen die charaktere so wie es da abgebildet war oder so wie sich meine fantasie das ausgemalt hat so ist für mich masters of the universe und da versuche ich natürlich die hörspiele voll zu bekommen es gibt ja 37 plus eine sonderfolge die sonderfolge habe ich von den 37 folgen habe ich jetzt auch wieder einige denn ich konnte drei stück meiner sammlung hinzufügen ich muss dazu sagen ich hatte wie die vintage figuren halt auch die hörspiele damals alle abgegeben alle verschenkt verkauft ja und habe mir jetzt alle über die letzten drei vier jahre versucht hier und da wieder zusammen zu holen nicht um jeden preis ja das muss ich auch dazu sagen ja ich gucke immer dass ich sie irgendwo halt finde mit dem preis den ich halt mit mir vereinbaren kann und das war jetzt wieder bei den kassetten hier ich habe hier glaube ich 3 euro 3,50 euro pro kassette bezahlt und das ist einmal die folge spider die monster spinne ja die hatte ich früher auch gehabt das heißt die kannte ich auch schon ja hat mir noch jetzt wieder in der sammlung gefehlt ja die folge 22 und eine ergänzung zur sammlung dann habe ich die habe ich früher nicht gehabt ja die folge 18 meckerneck und das erbe des grauens die hat mir damals gefehlt oder habe ich nicht bekommen jetzt auch in meiner sammlung und eine weitere folge die ich damals schon hatte und jetzt wieder ist die folge 14 der feurige eisvogel die ich damals richtig klasse fand und jetzt werde ich da auch noch mal reinhören und wert wieder meine ja meine kindheit aufflammen lassen ja weil da habe ich wirklich erst so viel so viel nostalgie so viel erinnerungen zu wie ich damals in meinem kinderzimmer gesessen habe die hörspiele gehört habe mit den figuren gleichzeitig gespielt habe finde ich wahnsinn finde ich klasse dass man die hier noch findet auch zu einem annehmbaren preis und leute wie gesagt jetzt kommt ein kleiner aufruf auch ja mir fehlen noch drei folgen um die 1 bis 37 komplett zu bekommen ich weiß das ist nicht immer ganz einfach je nachdem welche folgen es sind aber vielleicht habt ihr noch kassetten zu hause die ihr nicht mehr braucht die er doppelt habt ihr abgeben möchtet ja schreibt mich an lasst mich wissen ja vielleicht können wir irgendwas tauschen vielleicht habt ihr eine vernünftige preisvorstellung ja dass er mir die zukommen lassen wir werden uns mit sicherheit einig und zwar ich habe es mir mal kurz aufgeschrieben damit ich nicht falsch sagen mir fehlen noch die folgen 24 die folge 30 und die ich weiß letzte folge 37 ja die ist ich weiß nicht wirklich günstig zu haben ja aber vielleicht wenn wir uns irgendwie einig ja also wie gesagt wenn ihr eine davon abgeben möchtet die 24 die 30 die 37 dann schreibt in die kommentare lasst mich wissen schreibt mich auf instagram an schreibt mich auf facebook an schreibt mir eine e mail ja all das auf diesen verschiedenen wegen bin ich zu erreichen und vielleicht wie gesagt könnt ihr mir helfen die sammlung zu komplettieren so das nächste aus dem vintage bereich was ich bekommen habe ich habe es eben schon mal erwähnt wir haben in der videothek früher video kassetten der masters oder meine eltern haben die ausgeliehen so dass ich hier und da mal so eine 25 20 minuten folge zu hause auf dem heimischen videorekorder gucken konnte ja und ich sammle auch die vhs kassetten von den masters aus den 80 und ich habe ja einige die seht ihr ja auch hinten im regal so als hintergrund stehen ja und ich habe jetzt wieder drei weitere bekommen und die kannte ich so noch gar nicht dass es die so gibt ja ihr könnt mir gerne in die kommentare mal schreiben wie viele ist eventuell von diesen auflagen gibt und zwar einmal von select video habe ich hier das herr der roboter ja es ist eine hier oben steht es eine verlei kassette das heißt es war keine kauf video aus dem supermarkt oder sowas sondern diese kassette hat halt so in der videothek gestanden ja ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnert dass sie so ausgesehen haben ja aber vielleicht könnt ihr sagen wie viele es von diesen verlei kassetten gab ja es heißt zwar hier vorne die folge ist das herr der roboter die ist auch drauf aber genauso ist noch drauf die bestien aus den teersümpfen das kenne ich sogar noch und die drachendämmerung 60 minuten geht diese kassette insgesamt ja natürlich dann hat 20 minuten ungefähr pro folge und die video kassette ist von 1984 auch wieder 84 kommt heute in dem video irgendwie öfter vor ja top ja top ja wie gesagt ich habe die kassette schon mal vor und zurück gespult habe es mal in meinem video rekorde eingelegt läuft einwandfrei ja natürlich nach der zeit sind ein paar dropouts drin es ist ein paar paar schlieren drin und so weiter aber das macht überhaupt nichts das ist für mich vintage feeling pur ja so muss es halt einfach aussehen und nicht gestochen scharf und so geruch poliert sage ich mal ja das ist vintage feeling pur so muss es aussehen und dann habe ich noch was bekommen was ich wie gesagt gar nicht wusste dass es die gab und zwar habe ich hier von der cinema ja die filmzeitschrift cinema hat halt in einer in einem pub pub schuber anscheinend motor kassetten rausgebracht und hier haben wir die invasion der drachen ja auch hier wieder steht invasion der drachen ist es wieder select video seht ihr hier ja und hier sind auch wieder drei folgen drauf und zwar der zeit korridor moment war der nicht eben auch hier drauf bei entschuldigung da bin ich durcheinander also hier sind drauf der zeit korridor die invasion der drachen und die teuflichen strahlen ja und diese kassette ist von 1985 ja auch wie gesagt in einem pub schuber war es mir gar nicht bewusst dass es die so gibt ja es gibt welche in dem pub schuber das weiß ich aber ohne dieses dieses cinema film hits oder vielleicht das sponsor bei cinema oder so bei der filmzeitschrift ist mir so kein begriff ja die zweite ist eine ist auch wie gesagt von cinema also zwei stück aus einer reihe aus einer serie ja und hier steht vorne drauf der diamant mit den magischen strahlen und leute vor ich vergesse gerade noch mal zeigen die artworks sind die nicht geil ist das nicht klasse ist das nicht so klasse gezeichnet ja ich könnte mir die stundenlang angucken ja die filmation cartoons selbst kann ich mir leider nicht mehr stundenlang angucken die finde ich fand ich früher schon wie gesagt da ich hörspiel fan war fand ich die hörspiele immer schon besser ja und nachdem wenn ich dann den cartoon gesehen habe dachte ich mir was ist denn das ja das ist ja gar nicht dieser he-man den ich halt aus den hörspielen erwarte und die und die handlungen sind ja ganz anders in den hörspielen war es halt irgendwie viel dunkler und viel düsterer finde ich im vergleich zu dieser cartoon reihe von filmen ja wie gesagt die kann ich mir jetzt nicht mehr ein paar stunden am tag geben ja also das dafür finde ich halt einfach nicht gut genug ja aber die hörspiele kann ich rauf und runter hören und noch mal kurz zur zum inhalt hier von dieser kassette hier sind drauf der diamant mit den magischen strahlen thielers gefährlicher erkundungszug und kolossers auferstehung auch wieder 60 minuten drei folgen ja auch hier schreibt man in die kommentare wenn ihr es wisst wie viele von diesen cinema video film hits kassetten gab es denn ja ich habe jetzt zwei stück ja und der aufruf hier natürlich auch wenn ihr welche davon habt wenn ihr sie nicht mehr braucht wenn ihr sie abgeben möchte wenn ihr sie tauschen möchte was auch immer schreibt mich an ja leute und jetzt noch ein hinweis von mir ja und zwar findet ja am wochenende vom dritten bis fünften september die greyskull con in lennestadt statt in lennestadt statt ja genau in lennestadt findet die stadt und kurz zur info ich werde da als gast sein ja ich werde am samstag sein also quasi der vierte neunte 2021 werde ich da mal der convention besuch abstatten das wird mein erster besuch sein ich war noch nicht da also ich bin ganz normal privat dort und jetzt mein aufruf natürlich möchte ich da ich weiß nicht was ich erwarte die stände angucken ja mal gucken vielleicht findet man das ein oder andere was man sich vielleicht kaufen kann mal gucken was für vorträge gibt etc ich lasse mich komplett überraschen ja möchte aber natürlich wissen sind welche von euch die ihr mir hier zuschaut ja die meine videos verfolge seid ihr auch da ja wenn ja dann habt keine scheu sprecht mich mal auf der convention an ihr kennt mein gesicht ich kenne eures nicht ja also wenn ich an euch vorbeilaufe und ihr denkt hier das ist doch der retro rauner wieso wieso sagt mir nicht hallo oder sowas dann liegt es da dran ich kenne euch nicht also sprecht mich an er sagt hier guck mal ich bin der so und so ich kenne deinen kanal was auch immer hier der retro rauner der frank keine ahnung was ja ich freue mich da drauf euch kennen zu lernen ja den ein oder anderen mit euch ja mal kurz zu fachsimpeln ja ein bisschen ein bisschen einfach zu quatschen ja vielleicht mal ein alkoholfreies getränk zu trinken eine bratwurst zu essen ich habe keine ahnung was es da gibt ja ich bin auf jeden fall sehr sehr gespannt und voller vorfreude auf diese convention das wird meine erste masters universe convention in dem sinne sein ja und wie gesagt noch mal wenn ihr da seid ja dann sagt doch einfach mal hallo wird mich sehr freuen ja das soll es für dieses video gewesen sein wie immer ich freue mich über jedes like ich freue mich über jeden kommentar und solltet ihr auch noch kein abonnent sein dann abonniert doch meinen kanal und aktiviert im idealfall noch das glöckchen und verpasst somit kein weiteres video mehr von mir in diesem sinne wir sehen uns beim nächsten video oder in ländestadt auf der greyskull con macht's gut euer retro raune